Ein hallo und willkommen zu dieser Folge. Autobahnauffahrt in der Nähe, ja was soll schon schief gehen? Viel Spaß, geht los. Ja und genau das kommt halt ohne Seiten bzw. Schulterblick dabei raus, weil klar, wenn er nur in den Spiegel geschaut hat, dann hat er uns tatsächlich nicht gesehen. Der Einsender sagt aber, immerhin hätte er sich hier noch entschuldigt, aber nur denn, es kann ja nur noch besser werden oder so ähnlich. Ich glaube noch dichter auffahren, das ist fast nicht möglich, aber knapp dicht, Hauptsache schnell, immer diese nervigen LKW oder was genau denken sich die Leute dabei, eigentlich muss ja irgendwie sowas sein, weil wie lässt sich diese Ungeduld bitte sonst erklären? Aber hier muss man echt dazu sagen, hätten der LKW und der Gegenverkehr nicht gebremst, das wäre wirklich völlig in die Hose gegangen. Drum lasst uns jetzt mal richtig aufs Land wechseln, wo kein Verkehr ist, da kann es auch keine Probleme geben. Da denkste, das mit keinem Verkehr, das hat sich der beim Kurvenschneiden wahrscheinlich auch gedacht, da hat wirklich nicht viel gefehlt und das wäre schief gegangen. Aber hier haben wir jetzt auch wieder so ein Thema, gucken wir erstmal. Der blinkt, aber fährt dann geradeaus und der Einsender fragt sich, was wäre denn jetzt hier gewesen, wenn es zum Unfall gekommen wäre? Man würde ja erstmal denken, klar, der Gegenverkehr hat schuld, weil der hat ja geblinkt, aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Ohne Zeugen und ohne Dashcam wären wir wahrscheinlich zu 100% schuld, aber selbst mit Zeugen sieht das nicht viel besser aus. Eine eindeutige Regelung gibt es da nicht, das kommt am Ende immer darauf an, was das Gericht dann entscheidet, wenn es zum Streitfall kommt. Eine Alleinschuld unsererseits ist bei entsprechenden Zeugenaussagen oder Beweisen zwar unwahrscheinlich, aber von wir haben die Hauptschuld bis 50-50 findet man alles mögliche. Aber schlecht aussehen tut es für uns und am Strich dann tatsächlich eigentlich immer, mit irgendeiner Art von Schuld hängt man immer mit drin, da man trotz gesetzten Blinker wohl nicht darauf vertrauen sollte, dass das Auto auch wirklich abbiegt. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich beschreibe halt auch nur, wie es halt ist am Ende, ob das wirklich fair ist. Das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Darum nehmen wir jetzt mal lieber die nächste Ampel und das ist schon mal gut, hier ist kein Gegenverkehr, der uns in eine Quere kommen könnte. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir haben hier zwei geradeausspuren und die Spur rechts von uns, das ist die Rechtsabbiegerspur. Links von uns steht ein Auto, was geradeaus fährt. Rechts von uns steht ein Auto, was rechts abbiegen wird, kurzum. Es kann einfach nicht schief gehen. Ampel wird grün. Wir fahren los. Ja, und das war tatsächlich genau das, nachdem es sich angehört hat. Gut zu sehen ist es hier auch bei der Innenraumkamera. Ja, was sagst du jetzt dazu? Aber wie gut, dass der Rollerfahrer bestimmt zu seinem Fehler hier steht und natürlich anhält. Beim Straßenverkehr sind gewiss ja nur vernünftige Menschen unterwegs. Ähm, ja, soviel dann dazu. Und wenn der bei der Verkehrslage dann abhauen will, da hast du mit dem Auto realistisch gesehen auch keine gute Chance irgendwie dran zu bleiben. Da der Einsender hier auch noch einen großen Anhänger hinten dran hat, versucht das dann auch gar nicht erst. In meinen Augen ist das auch sehr vernünftig von ihm. Hier irgendwelche übertriebenen Risiken bei der Verfolgung einzugehen und dem Fahrrad zu stellen, was dann im Stau hier sowieso nicht geklappt hätte, das wäre es einfach nicht wert gewesen. Zumal wir dank der Dashcam hier ja zum Glück ausreichend Beweise haben. Denn kleiner Treffer, gar nicht mal so kleine Wirkung, der Schaden betrug am Ende 1700 Euro. Dem Einsender blieb am Ende dann nur eine Anzeige, welche Konsequenzen der Unfallgegner hier am Ende bekommen hat, das ist nicht bekannt. Bei einer Schadenshöhe von über 1300 Euro ist jedoch von drei Punkten einer Geldstrafe von mehr als einem Monatsgehalt und mindestens sechs Monaten Führerscheinsperre auszugehen, wie ihr merkt. Fahrerflut ist nicht nur völlig dumm, wozu gibt es schließlich Versicherungen. Lohnen tut sich das obendrauf halt auch nicht. Aber Stichwort Versicherung, die gegnerische Versicherung hat die Reparatur hier entsprechend natürlich übernommen und da kann man echt mal wieder sagen, gut dass eine Dashcam an Bord war. Denn ohne Dashcam, ja wir wären hier auf dem Schaden sitzen geblieben. Drum wer auch noch eine Dashcam sucht, bis zum 2. Dezember 2024 läuft noch der Black Friday Sail bei uns im Dashcam Shop. Mit dem Code DDG5 spart ihr nochmal 5% auf die bereits reduzierten Preise, ich denke das ist aktuell echt eine gute Gelegenheit. Meine Empfehlungsliste und aktuelle Vergleichsvideos mit vielen Infos, das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Schaut auch unter dashcam-shop.com gerne mal rein. So, hier machen wir jetzt weiter mit dem Einsender André. Ja und schön über die Sperrfläche am Bus vorbei und ich glaube das hat sich so richtig gelohnt, denn... Um Darmlings abzubiegen. Ja, wobei ich bei solchen Busüberholmanövern irgendwie zwangsläufig immer auch an solche Situationen hier denken muss. Wow. Ach, das ist ja zum Glück nochmal gut gegangen, aber wie dem auch sei, dümmer geht es leider immer. Hier ist jetzt Tempo 30 erlaubt wegen Baustelle und 30 fahren wir auch. Die Straße ist einspurig. Okay. Das kannst du aber laut sagen. Über die Straßenbahn schien uns und den Radfahrer überholen dabei dann fast noch mit der Straßenbahn kollidieren. Also mittlerweile wundert einen in unseren Videos halt auch echt gar nichts mehr. Aber Stichwort wundern, der Gegenverkehr will abbiegen. Und der muss ja wohl mal völlig geträumt haben. Aber wenn ich bei diesem Video hier nochmal einen Tipp geben darf, das Video ist echt fürchterlich am ruckeln. Entweder die Dashcam ist kurz davor komplett hinüber zu sein oder die Speicherkarte ist entweder defekt oder müsste mindestens mal formatiert werden. Würde ich dringend mal angehen, bevor es zu spät ist, weil am Ende knallt das und wenn ihr gar nichts aufgenommen habt, dann wäre das ja auch ärgerlich. Aber Stichwort kaputt. Eine komplette Kreuzung voller Glasscherben hier. Und die Auflösung steht da. Doch, geplatzte Scheibe einer Bushaltestelle. Und das sieht ja echt fast so aus, als wäre hier irgendwie Schnee oder Eis auf der Straße gewesen. Aber hier haben wir jetzt wenigstens richtig Schnee. Und die Leute werden auch echt immer verrückter. Weil wer jetzt hier denkt, der Vordermann hätte ruhig mal sein Auto freiräumen können, der sollte besser nicht nach links gucken. Ja, Wahnsinn, oder? Weil Seitenscheibe so gut wie dicht, Frontscheibe dicht und so fahren die Leute ernsthaft rum, weißt du, die fahren am Ende irgendwen über den Haufen. Das alles nur, weil sie zu faul sind, mal zwei Minuten zu investieren vom Losfahren, das Auto frei zu machen. Jeden Winter immer wieder aufs Neue. Ey, ich werde es einfach nicht verstehen. Ehrlich. Aber gut, dann gibt es ja auch noch die, die haben eine perfekt saubere Seitenscheibe und bekommen das mit dem Gucken trotzdem nicht hin. Aber wie war das noch gleich? Wer fährt, hat recht. Alter, was soll die Scheiße denn? Du wirst erstmal mit gucken und dann losfahren. Und die Einsenderin hat ja recht, aber ich möchte trotzdem nochmal anfügen, wenn ich hier schon sehe, dass der losfährt und offensichtlich nicht guckt, ist es am Ende wirklich schlau, dass wir nicht sicherheitshalber lieber trotzdem bremsen, sondern draufhalten. Ich sehe das ja oft in den Videos. Hier trifft es jetzt halt die Einsenderin mal, denn wir haben jetzt noch ein Video, da ist das tatsächlich ähnlich. Und klar, die laufen natürlich über Rot und das ist nicht in Ordnung, das ist völlig klar und ich glaube, das wird auch niemand bezweifeln. Aber selbst wenn ihr Vorrang oder Vorfahrt habt, euch wird niemand den Kopf abreißen, wenn ihr zum Entschärfen der Situation sicherheitshalber doch mal ein bisschen bremst und damit Brisanz rausnehmt, im Gegenteil. Klar, bei einem Unfall hätten wir in beiden Fällen rein rechtlich wohl keine Schuld gehabt, aber keine Schuld zu haben, ist ja nicht gleichzusetzen mit, man hätte es nicht trotzdem verhindern können. Ich würde mich wirklich freuen, wenn auch daran mal öfters im Straßenverkehr gedacht werden würde. Und wenn ihr Videos einschickt und unsere Videos kennt, dann sollte diese Aussage jetzt auch nicht ganz unerwartet kommen. Aber dann gibt es ja natürlich noch die Dinge, die kommen bekanntlich ja immer super unerwartet. Na, wer von euch riecht es auch schon 1000 Meter gegen den Wind, was hier jetzt wohl folgen wird? Und es ist halt auch wirklich immer wieder zum Verzweifeln, dass diese Abfahrten auch wirklich niemals vorher angekündigt werden. Es ist wirklich ein Dilemma. Aber Abfahrt, die könnt ihr jetzt gerne auch nehmen. Vielleicht nicht so wie der und auch nicht wie die Polizei in die falsche Richtung, wobei die zumindest einen guten Grund gehabt haben dürfen. Sondern lieber nach rechts zu einer weiteren Dashcam-Folge, denn da ist jetzt noch ein Vorschlag verlinkt, den YouTube für euch ausgesucht hat. Links hingegen, da findet ihr jetzt noch meine letzten beiden großen Dashcam-Tests, die bei der Kaufentscheidung einer Dashcam helfen können. Ich danke euch fürs Zusehen. Immer mit der Ruhe, Leute. Kommt heile zu Hause an. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.